Ja klar, richtig. Du hast mich so nervös. Das ist eigentlich einfach jetzt, was ich mache. Warte. Boah. Tappt ihr mich? Lass ich noch mal überlegen. Alter, ihr habt doch Sachen da rein. Forrest Gump, der mit den Schienen, der auf einmal so läuft. Boah. Also ich nehme ein Geburtsjahr. Fangen wir mal mit Geburtsjahr an. Wann bist du geboren? Sag ich dir nicht. Sortiert eure Mitspieler nach ihrem Geburtsjahr der Jüngste nach oben, der Älteste nach unten. Vorgegeben ist Julian Brandt. Du hast angefangen. Der Jüngste oben, Jude Bellingham. Über Julian Brandt. Richtig. Felix Pazlak dazwischen. Direkt schwer. Schwer machen. Richtig. Rafa Guerrero unter Julian Brandt. Richtig. Boah, wie alt ist der Ding? Marco Reus unter. Also ganz nach unten. Richtig. Karim ist auch noch ein Küken. Karim hat jemand mit zwischen Jude Bellingham und Felix Pazlak. Richtig. Schlotterbeck zwischen Karim und Felix Pazlak. Nee, nee. Ja, doch. Doch, doch. Doch. Ja. Richtig. Ja, das ist eigentlich einfach jetzt, was ich mache. Thomas Meunier zwischen Rafa Guerrero und Marco Reus. Richtig. Ja klar, richtig. Richtig. Oh, was für ein alter ist Guerrero. Wie alt ist der? Was sag ich denn? Ich würde sagen, Alea ist älter als Guerrero. Werde ich auch rein. Falsch. Wie? Jünger? Alea ist Jahrgang 1994, Rafa 1993. 1 zu 0 für Emre. Kennst du dich aus mit den Weltmeistern? Entfernungen, komm. Sortiert diese Bundesliga-Gegner nach ihrer Entfernung vom Signal Iduna Park gemessen Luftlinie. Kürzeste Entfernung nach ganz oben, das weiteste Auswärtsspiel nach ganz unten. Vorgegeben ist Eintracht Frankfurt. Ich fang an, ne? Also kurz nach oben. München-Gladbach über Frankfurt. Also kurz, ne? Richtig. Fangen wir mal so an. Dann Stuttgart nach Frankfurt, unten. Also unter Frankfurt, ja. Richtig. Freiburg unter Stuttgart. Richtig. Freiburg ist wie weit? Boah, ist schon eine Strecke. Ich glaub, es kann sein. Aber ich weiß nicht, ob Frankfurt oder Bremen weiter ist. Luftlinie, ne? Boah. Oben war kürzer und oben war länger, ne? Unten war länger. Oben war kürzer. Ist Bremen kürzer als Eintracht durch die Frage? Sag danach meine Meinung. Ich sag kürzer, komm. Aber ganz nach oben oder wohin? Nee, nee, nee. Hallo. Nee, nee, ganz nach oben hätt ich das. Nee, zwischen. Falsch. Es ist knapp tatsächlich, aber Bremen ist 21 Kilometer weiter weg. Union Berlin sind 421, Augsburg 427. Kategorie Filme. Guck mal, da kommen so viele Sachen. Wie kommt ihr auf Filme? Mal was weg vom Sportlichen, ist auch ganz gut. Hör doch mal auf mit Filmen. Nein, da bin ich raus. Na ehrlich. Warte, ich kenn sogar manche Filme hier. Ich bin der Katastrophe. Titanic kennst du, Forrest Gump? Nein, ich hab so ne Schwäche. Der mit den Schienen, der auf einmal so läuft. Sortiert diese Filme nach ihrem Erscheinungsjahr. Der älteste Film nach ganz oben, der neueste Film nach ganz unten. Vorgegeben ist Zurück in die Zukunft. Also bei Stirb Langsam gibt's ja auch mehrere Teile. Sehr gut ist dann der erste Teil. Genau wie bei Star Wars ist Teil 4, bei Terminator ist auch Teil 1. Auch der Pate ist Teil 1. Zurück in die Zukunft. Der erste Teil, außer es ist angegeben wie bei Star Wars Episode 4. Aber das war ja auch der erste Star Wars Film. Das sind ja fast Filme, die sind ja schon 20 Jahre alt, ne? Gefühlt. Titanic ist oben drüber. Also das ist älter, ne? Der Film. Nein, das ist jünger. Wenn du hoch machst, ist es jünger, oder? Der älteste Film muss nach ganz oben. Ah, okay. Der jüngste Film ... Ich kenn diesen Film gar nicht, Zurück in die Zukunft. Ich mach einfach Titanic oben drüber. Ich hab Schwächen für Filme. Ich hab schon mal, ehrlich. Titanic oben drüber, bitte. Titanic. Und jetzt kommt schon. Ich sag das sogar falsch, ne? Ehrlich. Es ist falsch. Wann ist denn zurück in die Zukunft? 1985. Ey, das ist schwer, ne? Das ist schwer. Egal, 2-1 für mich. Ich hab gar keine Ahnung. Ich hab gar keine Ahnung. Ich hab gar keine Ahnung. Machen wir mal Instagram-Follower. Instagram-Follower. Wie viel hat Rafa jetzt? Boah. Ich weiß es ungefähr. Sortiert diese Mitspieler nach der Anzahl ihrer Instagram-Follower. Der Spieler mit den meisten Followern nach ganz, ganz oben. Der mit den wenigsten Followern nach ganz unten. Ich bin jetzt schon. Boah. Emre Can über Rafa Guerrero. Also mehr, ne? Richtig. Kurz Handy rausholen. Eigentlich schon. Ich hab gar nicht. Wie viel hat der Jude? Jude ist doch ein Instagram-Junkie bestimmt. Hä? Bestimmt mehr als ich, oder? Mach doch die, die erstmal weniger als du haben. Rafa hat, äh, Salih hat weniger als Rafa. Ich hab keine Ahnung, ob das stimmt, weil ich weiß nicht. Doch, doch, stimmt. Das stimmt. Okay, dann Jude Bellingham mehr als Emre. Warte, lass ich noch mal überlegen. Oder du hast mich so nervös. Doch, mehr, mehr. Mehr, mehr. Das ist falsch. Echt? 3 Millionen hat Emre. Jude hat 2,2 Millionen. Bellingham, Meunier, dann kommt Brandt, war richtig. Dann kommt Moukoku, dann Guerrero, dann Adejimi, dann Alea und dann du. Richtig spannend, entscheidende Kategorie. Bundesliga-Spielplan ist auch interessant. Ich mach mal, ähm, Gründungsjahre. Ich fang an, oder? Boah, fängt schon gut an jetzt. Sortiert diese Bundesligisten nach ihrem Gründungsjahr den ältesten Verein nach ganz oben, den jüngsten Verein nach ganz unten. Vorgegeben haben wir Borussia Dortmund, weil das einfacher sein dürfte und manch andere Vereine mit Zahlen im Namen haben wir rausgenommen, damit es ein wenig schwieriger ist. Soll ich anfangen? Nein, ich fang trotzdem. Boah. Nein, nein, ich muss kurz mal Kopf einschalten. Bochum ist schon sehr alt. Kopf ist älter als nirgends. Bochum, oben drüber, ne? Richtig. 1. FC Köln. 1899, ne? Sorry, darf ich gar nicht sagen. Alles gut, 1899. 1. FC Köln, 1948, äh, was? Unten, ganz unten. Dann weiß er natürlich Bescheid. Richtig. Ja, toll, ne? 1948, ich sag dir doch das Jahr. Guck mal, das ist ein bisschen für dich. Ich glaube Gladbach ist auch schon ganz alt, aber... Das weiß ich nicht, aber Gladstuttgart. Bremen, Alter, ihr habt doch Sachen da rein. Augsburg ist bestimmt nicht so alt. Union, Union ist nicht so alt, ne? Also die Försterei, das kann alt sein. Stimmt auch, ich hab keine Ahnung. Aber die liegen schon alle nah beieinander, oder? Ich mach einfach, komm. Freiburg zwischen Dortmund und Köln. Ich hab keine Ahnung. Das ist falsch. Freiburg wäre zwischen Bochum und Dortmund. Das heißt, ich hab gewonnen, ne? Glückwunsch. Danke schön, oder? Hat in der Schule gut aufgepasst. Die Fehler ausnutzen.